Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Sorge um Währungsreform in Zimbabwe Mit Skepsis blicken die Zimbabwe auf die bevorstehende Währungsreform. Inmitten der wirtschaftlichen Unsicherheiten, die Zimbabwe derzeit erschüttern, sehen die Einwohner des Landes mit großer Sorge der geplanten Währungsreform entgegen. Dies stellten mehrere einheimische und internationale Medien in Berichten fest. Wirtschaftliche Not in Zimbabwe Zimbabwe erleidet seit Jahren eine tiefe Wirtschaftskrise, geprägt von hohen Arbeitslosenquoten, Armut und Hyperinflation, die das tägliche Überleben der Bevölkerung schwer belastet. The Guardian Die Währungsreform, die im Rahmen der Maßnahmen zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation des Landes vorgeschlagen wurde, hat bei vielen Bürgern Ängste vor einer weiteren Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen geweckt. Die geplante Währungsreform Die Regierung Zimbabwes hat eine umfassende Währungsreform angekündigt, welche die Einführung einer neuen Währung beinhaltet. Diese soll der Hyperinflation entgegenwirken, die das Land seit mehreren Jahren plagt, Quelle Al Jazeera. Jedoch stehen viele Zimbabwe dieser Reform skeptisch gegenüber, da sie in der Vergangenheit bereits ähnliche Versprechen gehört haben, die anschließend nicht eingehalten wurden. Zweifel und Ängste Rund um das Thema Währungsreform gibt es viele Unsicherheiten. Insbesondere arme und benachteiligte Bevölkerungsgruppen befürchten, dass sie die Hauptlast der Reform tragen müssen. Sie fürchten um den Wert ihrer Ersparnisse und um ihre Kaufkraft, Quelle BBC. Diese Ängste sind nicht unbegründet, denn in der Vergangenheit haben derartige Maßnahmen in anderen Ländern oft zu noch größerer Armut und Unsicherheit geführt. Ausblick Die Zukunft wird zeigen, wie die Währungsreform in Zimbabwe umgesetzt wird und ob sie die gewünschten positiven Auswirkungen auf die Wirtschaft haben wird. In der Zwischenzeit bleibt die Situation für viele Einwohner gespannt und die Unsicherheit groß. Anita Farke, Samstag, 24. April Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Danke fürs Zuhören.